Aber wir haben glaube ich gleich das, äh, wir haben gleich auf jeden Fall das geschafft. Unten. Da. Hast du deinen Hero Schlag gesehen? Die sind bestimmt mal runtergefallen. Sollen die jetzt nicht auf der falschen Seite hängen? Ja, aber die ging jetzt gerade anders. Nee, was machst du denn da? Hängt die in die Fackel ab, die ich direkt wieder abreißen kann. Ja, deswegen habe ich die da hingefangen. Ich weiß doch, streng ich. Die eine. Hier hattest du gerade eine. Warte mal, warte mal. Jetzt haben wir Kies. Wie tief geht das denn da noch? Wahrscheinlich sehr tief. Aber wir sind da jetzt schon unten, oder? Ja, 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 ja. Ich hoffe, wir sind unten. Ja, ja, klar. Ich wollte nur, da war nicht unbedingt irgendwo reinrennen. Weißt du? Da stehe ich nicht so drauf. So, die Fackel machen wir mal eben ab. So. Ich mach hier nochmal die Hände hoch. So. 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 Ein bisschen breiter. Aber hier ist nicht viel. Geht es nicht wirklich weiter. So. 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 Ah da geht es nämlich weiter. Guck mal. Da hinten wäre es auch weiter gegangen. Ja. Da hinten wäre es auch weiter gegangen. Da hinten wäre es auch weiter gegangen. Guck mal. Oh? stück aber höher oder da kommen wir nachher immer noch hier ist das nicht so easy bitte ich habe sie es jetzt weiß ich vergessen habe ich wollte mir den diesen warte ich ich baue mir mal eben eine craftbank dann mache ich mir mal eben eine schippe, ja? so viel Zeit muss das sein, ich habe eisen und so mit mit absicht ich habe auf jeden fall fett noch zombies ja manchmal geht mir das richtig hinten hin, die zombies meine ich jetzt ja hinter dir guck mal ja ich sehe nichts, was soll ich denn hinter mir sehen? es ist so dunkel ja da kommt ja nichts hinter dir oben guck doch mal du ja aber da komme ich ja nicht dran und der kommt nicht an mir dran boah die geht noch sowas fett weiter eigentlich da unten in die Bühne da sind die wirklich da noch einigen gemacht ja wenn man was sieht dann guck mal ich werde jetzt rüber gehen so, wo sieht man jetzt was? das ist vielleicht auch ein weitermachen können, du musst kommst aber von unten in den zombie oh und wenn ich tschüss 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 oh das geht so tiefe ab, da wir hätten eigentlich unten weiter machen müssen huah 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 Nein, hier brauche ich zu direkt. Irgendwie. Irgendwie. Da unten geht es noch weiter. Oh! Dann wäre ich immer runtergefallen noch. Junge, 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 Junge. Oh, da war da eine Fackel. Komm ich denn da jetzt hoch? Na, hä? Achso. Ja. Ja, toll. Wie dämlich. Nee, du nimmst den scheiß Hammer. Ich habe eine Spitzhacke gemacht. Du Kopf. Erstmal hier. Jetzt auch noch. Vielleicht kommen wir einfach. Vorsicht. Vorsicht, da kommt noch mehr. Vorsicht, da wird noch mehr kommen. Ich glaube wir müssen gleich mal zu mir in die Zwischenstation. Ein bisschen Wasser. Mal wegbringen. Vorsicht. Ich bin gar nicht in deiner Nähe. Ich bin hier gerade in die Fohleabend. Die brauchen wir ja auch ohne Ende. Wind. Oh, da sollte ich vorsichtig sein. Da ist nämlich Sandstein. Hä? Was denn? Ach nee, Sandstein kann ja nicht runterfallen. Nee, Sandstein nicht. Kannst aber auch selber Sandstein machen übrigens. Ja, nee, weil ich bin hier gerade am Kohleabend wegmachen und nicht gerade wenig. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ich war nicht am Freibudeln. Ja, ich war mich nachher auch selber am Freibudeln. So, da lasse ich jetzt die Kohle. Das ist mir zu heikel. Vorsicht. Also es ist schon cool. Es ist echt viel Sand, was wir hier haben. Guck mal, wie ätzend hoch. Wie viel Sand. Okay, wir müssen jetzt echt zurück. Warte, hier ist alles noch. Soll ich noch irgendwas nehmen? Nein. Vorsicht, nicht ohne Fall. Das ist aber nicht so tief da. Ja, aber dann hätten wir ja schon direkt die zwei Freunde da. Da geht's nur weiter. Da geht's bestimmt hier einfacher runter, was? Schau dir doch nicht. Weil er ja auch noch tief geht. Vorsicht. Ich NEW Ich bin voll mit irgend'n Kram. Hier ist eh Ende. Ja hier geht's noch was weiter. und ich höre irgendwo auch schon wieder Monster und laber höre ich auch die müssen wir jetzt vorsichtig sollten wir eben dann zu mir leermachen gehen du bist du doch ja ich wollte hier gerade das hier machen lassen wir gleich vorsichtig sein hier kam ein Loch und ein Skelett Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht weil da genau das Loch ist wovon war das Loch denn nochmal? von irgendeiner Schlucht das ist fucking tief wie sind wir denn hier durchgekommen dann? wir sind an der Seite achso na komm her Aua Entschuldigung deswegen habe ich jetzt nachher auch nicht mehr zugeschlagen wir sind hier an der Seite machen wir noch ein bisschen zu kleiner da war nämlich nix es ist dunkel draußen echt? jo ich hätte ich hätte eine Laterne siehst du denn überhaupt gerade? ne aber es ist nicht dunkel es ist nur nachts Vorsicht hinter dir warte mal da ist eins mit Rüstung ne so und ein Kiefer kommt vorsichtig ja süß und ich lasse ihn expedieren auf so wir wollen hier eigentlich nur rüber gehen zum Bikutsch ah ich mach aber Zuckerrohr warte mal ja erstmal zum Bikutsch ne erstmal den Zungen in die Kopf mit morgen haben wir so viele die düßstücken jetzt kann sie rennen ist eigentlich nix mehr eigentlich ist hier nix mehr wir nehmen schon wieder ne Stunde auf die Zeit rennen ich hab mich gerade an mir selber verschluckt äh ich kann nicht mehr rennen weil ich bin safe äh da in Estowatt das ist da bin genau weiß das ne dein Estowatt ich bin dabei weil ich die Bürgerabbausteine nicht immer sofort essen dann warte ich immer wieder das hier aua 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 und mach den geheim ok das ist nur frei das ganze Eisen das ganze Eisen das ganze Eisen da hat noch so viel Kies drin ja da tue ich erst mal da rein aber Sand schick ich jetzt erstmal ein bisschen nach unten im Sandstein ja gut das brauche ich aber ich hab gar nicht so viel ich hab jetzt auch nicht so viel hier hast du Eisen warte hier ja Eisen wollte ich eben da reinpacken das so hier so ich hab glaube ich noch eine Kiste irgendwo hier ich hab nur zwei Kisten warte äh zack zack holen wir da einfach mit rein ist irgendwie Kopf alles was du hier lass und hier noch ein bisschen Eisen sollte ich mal hernpaste und gleich andere Sachen eben hier lassen sonst hab ich nachher so viel oder so so deswegen nehme ich dann nehme ich die Kiste für die die Draftcast und mal gucken was will ich davon überhaupt mitnehmen und was können wir davon versprochen die richtigen Zahlen ja weil sie verletzt ein freier Ausblick kurz Pause oder äh können wir mal machen wenn du möchtest ja und dann wieder in die Höhle von mir aus kann man kurzen Katten machen äh kurz Päuselchen machen und dann äh Quatsch das war zu tief okay dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder wenn ihr denn wollt und dann hoffentlich ist da mal ein bisschen besser es wird da das nerven ich mach doch mal die Tür zu ach so hast du ist doch ja auf jeden Fall wir futtern uns noch voll dann brauchen wir uns gleich wenigstens nicht mehr eingelogen so genau hab ich so bis gleich tschüss tschüss mmm